Jetzt Bonus kassieren auf admiralbet.de Mein Name ist Kevin Körpers vom TVN Hiesfeld mit der Nummer 19. Wir tippen den 13. Spieltag und der Dennis Wichert fängt mal an. Ja, erstes Spiel, TVN Hiesfeld gegen Kleve. Würde ich mal 2 zu 0 für den TVN Hiesfeld tippen. Ja, dann Felbert gegen FSV, 3 zu 1 für Felbert. Dann Spellhoff gegen SCV, tippe ich 1 zu 1. Bocholt gegen Nettetal ist 3 zu 0. Turo Düsseldorf gegen VfB Homberg, 2 zu 1. Hilden gegen Baumberg ist 1 zu 2. Schornenberg gegen ETB, 0 zu 0. Meerbusch gegen Düsseldorf West, 1 zu 1. Monheim gegen Ratingen, 2 zu 1. Jetzt mitmachen und Tippkönig werden. Wie könnt ihr mitmachen? Schreibt uns eine Mail mit euren Infos und schon könnt ihr den Spieltag eures Teams tippen. Der Sieger erhält am Ende der Saison einen attraktiven Preis von unserem Partner Admiral Sportwetten. Wir freuen uns auf eure Tipps. Möke oder